Rüste dich mit Mut und Standhaftigkeit, Tamino. Die Königin der Nacht, unsere Fürstin, hat jedes deiner Worte gehört und lässt ihr sagen, hat dieser Jüngling auch so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist, so ist meine Tochter Pamina gerettet. Gerettet? Pamina wurde von einem mächtigen bösen Dämon namens Sarastro geraubt. Geraubt? Sagt, wo ist Sarastros Reich? Sehr nah an unseren Bergen. Seine Burg ist prachtvoll und sorgsam bewacht. Was ist das? Unsere Königin kommt.